Was ist denn da drüben los? Was zum Geier? Da hat es einer aber verdammt eilig. Verdammt! Nicht so schnell! Los, vorwärts. Diese Wand gefällt mir nicht. Und damit auch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man. Das war, glaube ich, Schocker. Ich bin mir nicht sicher. Keine Panik, Jungs. War nur eine Frage der Zeit, bis Spider-Man auftaucht. Schaltet die Wachleute aus und nimmt ein paar Geiseln. Wir haben hier ein Problem. Wir brauchen Unterstützung. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Wer immer dieser Typ sein mag, er ist leicht zu verfolgen. Wow, jetzt geht's los. Angriff. Ey, ich find die Mission so geil, ne? Ich find die Mission voll geil. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie... Ey, das ist voll geil gemacht. Angriff. Das ist so geil gemacht. Ey, so ne... Also, ich muss ja sagen, es gibt so... Oh, die kommen immer noch. Oh, oh, oh. Was sind die von dir? Das muss Schocker sein. Geht gar nicht anders. Ach du Kacke, der Polizist hat ja auch Leben. Kann auch sterben. Oh, nein. Mein Spinnensinn. Oh, oh. Beeilung. Wo lang muss ich? Da oben, ne? Beeilung schnell. Ich muss sofort da rüber. Kassiert, der Typ. Wo denn? Da hinten, oder? Nein, hier. Oh Gott. Ich muss schnell rüber. Nix da. Was ist denn ein Polizist in Ruhe? Da habe ich nix getan. Er setzt sich ein für Recht und Ordnung. Wow. Ich habe die Blumen kaputt gemacht. Nein. Ich muss raus. Oh, 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 oh. Schnell rüber. Komme. Komme. Schnell. Du bist nur Durchschnitt. Das ist voll geil gemacht. Jetzt ist man voll unter Druck, den Leuten zu helfen. So, und hier haben wir also Polsterbiet? Ähm, Mr. Dreilagig? Nein, warte. Ich habe es. Kissen, Karl. Ich bin der Schocker. Ich würde ja sagen, vergiss das nicht. Aber du bist eh nicht mehr lange unterwegs. Sag schön auf Wiedersehen zu allen. Der macht doch nicht die ganze Wand kaputt, oder? Niemals. Wow. Nein. Was hast du getan? Mist. Was hast du gemacht? Ja, ja. Wem sagst du das? Der Typ stirbt gleich, wenn wir nichts unternehmen. Beheilung. Schnell. Weg da. Hilfe. Was ist denn hier los? Ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Können wir den nicht weg? Ach so, hier rüber. Okay. Hör ich schon sagen. Was geht hier ab? Oh, wir haben Glück gehabt. Ey, Schocker ist krass. Schocker ist übel. Aber er ist irgendwie weg. Wow, der Angriff war richtig. Fliegen einfach alle drei auf einmal weg. Keine Autogramm. Oh, oh, oh. Beheilung. Beheilung. Hier hinten. Da rüber, schnell. Und dann. Da in den Raum. Du würstchen, leg dich bloß nicht mit mir an. Wie geil ist das denn, bitte? Du kannst einfach auf dich springen. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn? Das kannte ich gar nicht. Nicht mal als Kind, als ich damals gespielt habe. Wie geil ist das denn, bitte? Okay, der war richtig geil. Alter, das kannte ich gar nicht. Das war der letzte Schläger. Oh, oh. Da kommt jemand. Dieser Spinner hat alles vermasselt. Dafür wird er büßen. Los, Jungs. Alles raus hier. Was war das bitte für eine witzige Episode, Mann? Hey, habt ihr gerade gesehen? Ich bin einfach... Leute, ich bin... Ich bin gerade einfach auf den Typen gesprungen. Und hab den auf den Kopf geschlagen. Ich hab das noch nie erlebt oder gesehen. Noch nie. Es ist totaler Murk, so mal ehrlich zu sein. Also sowas nochmal zu haben, oder? Zu erleben ist für mich... Was war denn das jetzt gerade, ey? Ey. Also das war jetzt wirklich sehr, 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 sehr witzig. Also, hab ich ja noch nie gesehen. Ich kannte das auch nicht von früher oder so. Geil. Richtig geil. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst mir mal eine Bewertung nach oben. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 言, wero. Bis dahin. Bis dahin. Au. Untertitelung des ZDF für funk, 2017